Kette rausgesprungen. Ich wollte treten, dreht durch, bin in dem Moment aber gekippt und nicht mehr schnell irgendwo rausgekommen. Servus und Hallo. Am letzten Tag im Bayerischen Wald im Ort Hohenwart haben wir, wie bereits angekündigt, eine etwas entspanntere Tour gemacht. Und zwar ging es diesmal im Tal am weißen Regen entlang. Viel Spaß. Okay, aufgebrochen sind wir, wie die vergangenen Tage, in Simpering am Apart Hotel zum Gutshof. Und jetzt geht es ein kleines Stückchen den Radweg bergauf Richtung Arach. Durch Arach fahren wir dann an der Schnaps- und Whisky-Destillerie vorbei, ein Stückchen weiter, kreuzen dann den Regen und fahren auf der anderen Regenseite zurück. Die Runde heute ist größtenteils Asphalt, wenig Schotter, keine Trades und relativ flach. Laut Planung keine 300 Höhenmeter und auch keine langen Anstiege, nur kurze Wellen. Wie gesagt, als Einstieg oder zum Ausklang, denke ich mal, ist das eine gute Sache. Das war's für heute. Musik 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 Nach Arach kommt dann ein schönes Schotterstück. Erst über ein paar Felder, dann hier im Wald lässt sich sehr gut fahren, anspruchslos. Einfach zum dahinpedalieren und rollen. Schön geschmeidig. Die ursprüngliche Planung hätte uns unten am Bahn damit lang geführt, also ein kleines bisschen flacher als hier. Aber wir haben uns gedacht, der Weg ist so schön, den fahren wir jetzt einfach mal weiter. Am Ende sind wir dann hier in einer Lichtung rausgekommen, wo kein Weg mehr eingezeichnet ist. Aber wie man sieht, geht es hier trotzdem einen relativ anspruchslosen Trail runter, wieder zur eigentlichen Strecke. Also das passt schon. So, so Musik 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 Während wir hier jetzt das Ende von Ottenzell erreicht haben und schon wieder auf dem direkten Weg Richtung Hohenbad sind, möchte ich gleich mal zu meinem letzten Teil, zur Besprechung vom Fuji Yari 1.1 kommen. Ich war ja jetzt gute 150 Kilometer unterwegs auf dem Rad und da möchte ich euch nochmal ein kurzes Fazit bzw. mein Gesamturteil mitteilen. Musik In meinem kleinen Gesamtfazit zum Yari 1.1 lässt sich zusammenfassend sagen, dass es vor allem durch seine Robustheit auffällt. Die dynamischen Fahreigenschaften verzeihen auf groben und schwerem Untergrund fast jeden Fahrfehler. Auch die fürs harte Gelände prädestinierte Geometrie zeichnet das Yari aus. Auch die Verarbeitung vom Rahmen muss man lobenswert erwähnen. Ein kleiner Nachteil auf Asphalt sind natürlich die breiten grobstolligen Reifen, da sie schon ein wenig Rollwiderstand zeigen. Aber dafür hat man auf Schotter und Geröll wiederum immer den besten Grip. Insgesamt ist das Rad optimal für Leute, die ein solides, langlebiges und vielseitig einsetzbares Gravelbike suchen. Ich persönlich bin mit dem Rad sehr gut zurechtgekommen und auch die Zusammenstellung der Komponenten ist wirklich optimal gewählt. Das Fuji Yari 1.1 schlägt mit einem Preis von 2.259 Euro zu Buche und ich kann das Rad wirklich nur empfehlen. Und jetzt geht es weiter auf der Strecke zu unserer dritten Tour rund um Hornbad. Und jetzt geht es weiter auf der Strecke zu unserer Komponenten. Und jetzt geht es weiter auf der Strecke zu unserer Komponenten. Wir sind jetzt an der Kirche vorbeigefahren, die wunderschön über dem Ort liegt. Und noch ein kleines Stück höher durch den Friedhof schieben natürlich zum Wachtstein gegangen, dem eigentlichen Wahrzeichen und Namensgeber des Ortes Hohen Wart. Hier war früher eine Burgfestung bzw. eine Festungsanlage, die den Regen überwacht hat. Für uns heute ist allerdings viel ausschlaggebender, dass man hier nochmal eine wunderschöne Aussicht auf den Hohen Bogen und die weiteren Berge in der Umgebung hat. Und bevor wir jetzt die Tour noch über den Bankerweg ausklingen lassen, würde ich sagen, genießen wir noch ein wenig die Aussicht und freuen uns, dass wir hier sein durften. Hier beim Rathaus beginnt dann der Bankerweg. Der zieht sich durch die ganze Gemeinde und an den Stationen gibt es zu verschiedenen Themen immer eine unterschiedliche Bank. Das ist eine ganz witzige Idee von der Gemeinde, den werden wir jetzt noch als letzte Station unserer Tour abfahren. Kleiner Hinweis für euch, wenn ihr Infos braucht über Wanderwege, Mountainbike, Gravelwege und so weiter, überhaupt über die Region Hohen Wart, gibt es da hinten im Rathaus in der Touristinfo. So schnell sind drei Tage vorbei. Alle Folgen rund um Hohen Wart findet ihr unten in der Videobeschreibung. Uns hat es sehr gut gefallen und wir können den Ort wirklich nur empfehlen, entweder einfach zum Urlaub machen oder halt wie wir zum Radfahren. Es erwarten euch viele Streckenmöglichkeiten und zwar nicht nur mit dem Gravelbike, sondern für alle Radgattungen und Leistungsgruppen. Für uns geht es jetzt mit den nächsten drei Folgen ins Stiftland in den Ort Tirschenreuth. Bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017